hallo willkommen zu einer neuen runde kursg auf meinem kanal und ja heute muss ich leider wieder mal das thema hacking ansprechen und zwar werde ich in letzter zeit einfach schon wieder so oft hackiestet ich habe glaube ich mindestens zehn kommentare bekommen dass ich gebastelt wurde und zwar hat hänsel ein video hochgeladen wo er zeigt dass ich in discord rapture habe obwohl man das ganz leicht faken kann und zwar kann ich euch da jetzt mal was einblenden wie man das ganz kurz faken so leute um das kurz zu zeigen ich bin einfach hier aufgegangen dann gehe ich zu spiele und dann kannst du hier zum beispiel auswählen was du da einstellst einfach wenn du minecraft spielst habe ich eingestellt dass ich jetzt gerade hutsuni 1.8 vip heißt und jetzt kann ich auch zum beispiel ein schreiben minecraft 1.8.8 rapture so wenn ich jetzt minecraft startet dann wird bei mir angezeigt soll der wird mir angezeigt dass ich mit minecraft 1.8.8 rapture spiele und zwar habt ihr wahrscheinlich gerade gesehen dass man das einfach mit zwei mausklicks einfach so draufdrücken kann und einfach reinschreiben kann also das heißt ich habe da einfach rapture reingeschrieben und sonst nichts anderes und ich habe das dann absichtlich genauso reingeschrieben wie es halt sonst in minecraft ist da ich halt zum spaß halt wollte dass ein paar leute denken dass ich so oft mit rapture spiele aber das ist jetzt alles so ernst genommen haben ja weiß ich jetzt genau nicht warum das heißt wahrscheinlich dass die meisten kein disco benutzen und deshalb nicht wissen dass es geht aber leute hier nochmal ich habe nicht gehackt und werde auch nicht hacken oder sonstiges und habe rapture gar nicht mehr auf meinen versions ordner drin das heißt ich konnte gar nicht hacken mit rapture das ist auch schon der letzte spieler ich habe das thema eigentlich ganz gut angesprochen das zweite thema spreche ich dann gleich nochmal in der zweiten runde an denn das ist eigentlich auch ganz cooles thema so und da haben wir die runde gewonnen leute dann würde ich sagen wir sehen uns gleich in der zweiten runde so und da sind wir in der zweiten runde leute ich habe jetzt vergessen anzusprechen gleich am anfang aber jedenfalls leute ist das zweite thema dass ich jetzt in der top 10 bin das heißt ich bin unter dem namen unter stelle ne austria unterstrich n in der top 10 ich bin jetzt gerade 10 der platz habe fast eine 10er kd ich habe auch schon ziemlich viele leute hack gesettet aber leute ich kann euch einfach sagen ich hätte wirklich nicht auf dem account oder generell nicht bekomme was auch wenn ich einige schon gemerkt haben dass ich letzte spiele wenn die gegen mich one on one gemacht haben faires da ich nicht wirklich allzu krasse hits gebe mit diesem behaupten und da das eigentlich vollkommen legitim ist würde ich jetzt aus meiner sicht zumindest sagen bekommen wir den ich weiß es nicht ich kann es nicht sagen und wir haben ihn nice so leute ich zeig noch mal kurz meine stats dann gibt da auch noch ein spieler als skycammer 1 3 6 den könnten wir theoretisch auch noch töten denke ich mal ok jo der hackt natürlich rein war natürlich wieder klar aber leute deshalb würde ich sagen das war's mit der runde qsg oder mit den runden qsg also falls ihr denkt ich hacke leute ich hacke nicht und werde es auch nicht machen und dann tschau bis zum nächsten mal haut rein 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 Vielen Dank.